Wiesenecke 5 Meter Eine Wiesenecke mit 5 Meter Spannweite kann in einem landwirtschaftlichen Betrieb große Dienste leisten. Viele Landwirte möchten auf diesen praktischen Helfer nicht mehr verzichten. Das Gerät kann vielseitig eingesetzt werden und ist äußerst langlebig. Eine praktische Wiesenecke mit 5 Meter Breite Eine Wiesenecke mit 5 Meter Ausdehnung ist perfekt dafür geeignet, um einen Boden ausgiebig zu belüften. Früher musste diese Arbeit mit Handgeräten erledigt werden. Das war sehr mühselig und zeitraubend. Mit Hilfe einer Wiesenecke mit 5 Meter steht ein Arbeitsgerät zur Verfügung, das eine ca. 5 Meter große Arbeitsbreite abdeckt. Damit können mittelgroße Wiesen und Weiden schnell belüftet werden. Beim Kauf einer Wiesenecke sollte Wert darauf gelegt werden, dass die Wiesenecke aus hochwertigen Materialien hergestellt wurde. Dann hat sie eine lange Lebensdauer und die Investition lohnt sich. Hochwertige Geräte Eine Wiesenecke verfügt über zahlreiche Zinken, die bei vielen Geräten leicht nach hinten gebogen sind. Dadurch wird die oberste Erdschicht aufgelockert. Sauerstoff gelangt in den Boden und er wird nährstoffreicher. Moos und Unkraut werden auf diese Weise entfernt. Durch die Zacken werden harte Erdschollen zerkleinert. Auch Unebenheiten lassen sich in einem Arbeitsschritt entfernen. Maulwurfshügel werden ebenfalls gelockert und eingeebnet. Dadurch sieht der Boden wieder glatt und gepflegt aus. Bei Wiesenecken mit 5 Meter ist es mit speziellen Zubehörteilen möglich, Saatgut und Dünger auszustreuen. Da spart Zeit und Arbeitskräfte ein. Da die Wiesenecke mit ihren 5 Meter relativ breit ist, muss der Traktor nicht unnötig viel eingesetzt werden. Dadurch wird zusätzlich Treibstoff gespart. Besonders vorteilhaft ist, dass eine Wiesenecke mit wenigen Handgriffen an einen Traktor oder anderen Zugmaschinen angehangen werden kann. Hierbei sollte nur darauf geachtet werden, dass die Zugmaschine für die Größe und das Gewicht der Wiesenecke zugelassen ist. Unterschiedliche Wiesenecken Wiesenecken gibt es in den unterschiedlichsten Größen zu kaufen. Eine Wiesenecke mit 5 Meter gehört zu den mittelgroßen Geräten, die individuell auf eine Wiese eingesetzt werden können. Durch die Nutzung eines derartigen Gerätes wird der Boden nährstoffreicher und es kann mit mehr Ertrag gerechnet werden. Viele Modelle bieten die Möglichkeit, dass sie mit Hilfe von Zubehör umgerüstet werden können. Dann kann die Wiesenecke auch zum Streuen von Dünger oder Saatgut verwendet werden. Viele Wiesenecken sind zu einem guten Preis erhältlich. Durch die Einsparung von Arbeitslohn und Treibstoff für weniger Traktorfahrten kann zusätzlich noch Geld eingespart werden. Jeden Boden tut es gut, wenn er mindestens zweimal im Jahr gut belüftet wird. Mit einer Wiesenecke ist das kein Problem. Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe entscheiden sich für die Anschaffung einer Wiesenecke mit 5 Meter Breite. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. ino! Vielen Dank.